An den Keyboards, die wunderbare Karina Peitz aus St. Ingwald Hassel. Applaus, da ist sie. Wim kommt ihr denn in der Hand? Karina, du weißt ja, während der Arbeitszeit ist Alkoholverbot. Also ohne Alkohol, ja, das ist alles gut. Wir musikern trinken ja wenig, also so gut wie gar nichts. So, und dann haben wir auch Felser in der Band. Ich sag's immer wieder, man kann's nicht oft genug sagen. Wir haben ein Herz für Felser und der ist einer. Er kommt aus Ohnbach, sieht bisschen aus wie der Typ aus Mannheim. Am Bach ist der wunderbare Sven, zum Applaus. Mit frisch gewaschenem Haar. Sven sieht gut aus. Du drehst heute offen, das find ich wirklich. Das mach ich auch. So, und dann haben wir noch ein Felser in der Band. Er kommt aus Landstuhl. Und für euch halt eure Gitarre. Hör ihr ab, hier ist er. Mit Schlips. Gut aus. Ach, der Olli, der macht immer mit Schlips, das finde ich irgendwie sexy. Ich glaub, die Frauen twitten und finden's auch gut mit Schlips, oder? Die Frauen, was sagt ihr mit Schlips? Ja, schon besser, ne? Ja, ist klar, dass ihr auf Schlips steht. Ich hab noch einen roten, ich zieh den nachher ab für euch. So, jetzt kommt, letztes Jahr war er hier zum ersten Mal überhaupt mit der Band, ja? Ich hab ihn mittags angerufen und hab gefragt, Mensch, hast du Bock, heute Abend in Salute zu spielen? Es ist zwar kalt, es gibt keine Gage, aber es ist eine coole Band. Und da hat er spontan ja gesagt, er hat hier echt abgedrückt, ja? Ich muss was denken. Ja, die macht immer ruhig. Ganz drückend. Und er hat abgedrückt und seit einem Jahr ist er ziemlich fest in der Band, wenn wir jemanden sagen, von diesen brauchen, rufen wir ihn an. Und er kommt aus Frankreich, aus Frankreich, aus Vorbach. Heute für euch, als Vorbach, Mr. Frank and the Lord in the House. So, Frank, you remember last year? It was your first time here. And I know you're in the family. That's great. Bei uns ist das so ein bisschen speziell. Ich spreche kein Französisch oder nur ganz wenig und ja, kein Deutsch, also spreche ich mir Englisch. Franzosen sind ja auch zum Glück, ja? Ein bisschen Englisch orientiert, manche. So, jetzt zu unserem Line-Up. Wir sind total happy, dass er hier ist. Er ist, er ist der Schwarm der Frauen. Alle Frauen stehen auf ihm. Alle Weiber sind geile, wenn sie ihn sehen. Also nicht, du bist ja auch Gefahr, die Weiber. Auf jeden Fall, alle Frauen stehen auf ihm. Und wir stehen irgendwie auch auf ihn. Er ist ein cooler Typ. Und von mir, mit uns sind unterwegs. Er kommt aus Trinidad, Tobago. Und hier für euch heute in seinerleihe, Mr. Clive in the House. Clive! Applaus! Die Frauen werden bekloppt, you know? They go like crazy, like Zalando. Leute, Mädels, wir machen ihm jetzt mal vor, wie Zalando funktioniert, ja? Frauen, ihr wisst, wenn ein Paket kommt, ja? Schreie vor Glück. Ja, okay. Go off on stage. You have to get it. Das muss ihr mal erleben, ja? Das Zalando-Ding, das kennt ihr gar nicht. Also Frauen, wenn bei euch ein Zalando-Paket ankommt, kreicht ihr. Ihr kennt das, ne? So, ich kündige es jetzt an der Mitte-Fedition, was das Zeug hält, okay? So, from Trinidad, Tobago, Mr. Clive in the House! Oh, you like that, that's a shit, oder? You love it, you love it. Me too, I love it too. So, sie ist in der Hand. Sie wohnt in der Brücken. She's from North Carolina, North Carolina, and she's here tonight with the Zalando-Family. Please welcome, Mr. Daniel Grunich in the House! Okay, habt Spaß mit uns, wir spielen bis 12 Uhr. Die Zal-Family, auf geht's! So, ladies and gentlemen, before we get started, he didn't introduce himself, but Irish chef, the man who puts it all together on drums, show him some love, Mr. Elmer Pettico! Alright, we can get this party started tonight. Hey, yeah! It's a little old school gift card. Anyone that's my age and a little older will remember it. Now, don't be afraid to come closer. Okay, you can come closer. I am not going to bite you. Elmer might, but I won't. So, you can come closer. You can come in after, so we're going to have a party tonight. Okay, okay? Okay, yeah, 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 yeah. Whenever dark is falling, you know the spirit of heart starts to come alive. When the day was told in, you can throw out all your wounds and hit the city lights. Because there's music in the air, and there's a lot of weparent for new generation. Tonight, night. We need to keep the action. We need to keep the action. How you can die, that's why you don't make homemade. It's a true collection. Das war's. 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 Ja, sing mit mir. Ja. Kann ich mir das nicht? Bring it down, I need to hear these guys. I just hear a few of you. Come on. A little louder, a little louder, make some noise. Come on. We want to wake up the people in the buildings. Come on. Okay, we'll do it this way. Bring it way, way, way down. Bring it up. So, this way I can hear you and you can hear yourself. The part is not just for us. It's for you guys. I need you guys to have some fun. Cause I'm gonna have fun, so I need you to have fun. Okay? Give me the light. Give me the light. Give me the light. I love it. Come on. Give me the light. Give me the light. Give me the light. Give me the light. I'm not gonna stop until I hear you guys. Woo! Alright, that's getting better. That's a little better. A little better. We could do this all night. This one song all night. Come on. Give me the light. Woo! Give me the light. Give me the light. Just give me the light. Give me the night. Give me the light. One more time to the bridge. So, come on out tonight. We will meet others on the white blue paradise. We will meet others on the white blue paradise. If you feel all right. We could be the light. We could be the light. We will meet others on the white blue paradise. We will meet others on the white blue paradise. We will meet others on the white blue paradise. Thank you.